Schlusswort Tradition und Moderne im Einklang. Diese sieben Gedanken verdeutlichen, wie die traditionelle Pressemappe durch digitale Werkzeuge nicht nur erweitert, sondern auch entscheidend verbessert werden kann, ohne dabei ihren ursprünglichen Wert zu verlieren. Die bewährten Prinzipien wie Struktur, Präzision und Verlässlichkeit bleiben das Fundament erfolgreicher Pressearbeit. Doch die Anforderungen an Kommunikation haben sich verändert. Um heute wirkungsvoll zu agieren, müssen Unternehmen flexibel, interaktiv und multimedial auftreten. Die digitale Transformation eröffnet unzählige neue Möglichkeiten, Botschaften zielgerichtet und effizient zu verbreiten. Eine moderne Pressemappe, die Videos, interaktive Grafiken und Analyse-Tools integriert, schafft eine lebendige und nachhaltige Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen. Dennoch sollte die Technologie niemals allein im Vordergrund stehen. Ohne die Kernwerte der klassischen Pressearbeit verlieren auch die innovativsten Tools an Wirkung. Die solide Grundlage der traditionellen Kommunikation ist das Gerüst, auf dem moderne, digitale Elemente aufbauen müssen. Es ist entscheidend, den Wandel zu nutzen, um neue Wege zu gehen, ohne die Grundprinzipien der klaren, verlässlichen und strukturierten Pressearbeit zu vernachlässigen. Unternehmen, die es schaffen, die Balance zwischen Tradition und Innovation zu finden, können den Anforderungen einer sich stetig wandelnden Medienlandschaft gerecht werden und sich langfristig behaupten.